Herr Doktor, 20 Milligramm? Ist das nicht zu viel? Doktor Hollfelder, bitte auf Station 7. Doktor Hollfelder, bitte. Herr Doktor, hören Sie doch mal zu. Ich muss schlafen. Scheiße, schlaf ein. Jörg Sukern berichtet. Die Verhandlungen über den Erfurtichter. Koneckel Töter 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 Fuck! Guten Morgen, Herr Doktor. Morgen. Juni! Okay. Verdammt, wo war das? Jedes Halogen oxidiert die links von ihm stehenden Halogenidionen. Stärkeres Negativs... Ich bin auf dem Markt und kaufte Ihnen einen. Ja. Hallo? Ja. Ja. Nein, den habe ich nicht vergessen. Nein, ich komme sofort. Ich komme sofort vorbei. Ja. Ja, bis gleich. Danke. Wiederhören. Miriam, ich muss ganz dringend los. Kannst du dich um alles kümmern? Ja, ist in Ordnung. Danke. 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 Vielen Dank. Mein Kreisenwagen! Ja? Ja? Ja, ja... Ich komme... okay. Okay, ich will mal loslegen. Was haben wir denn hier? Männlich, 24, Rollerunfall, Milztruktur und innere Blutungen. Okay. Alles in Ordnung mit Ihnen? Natürlich. Es geht mir gut. Außerdem stelle ich hier die Fragen. Skalpell. Hier. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020